herzlich willkommen youtube zurück zu einer neuen folge horizon chase 2 mit das toni und mit itt einen wunderschönen guten tag guten abend und mittag oder gute nacht guten tag wir haben florida und vermont durch wir würden jetzt weitermachen mit kalifornien und starten direkt sagen wir hier land der giganten rhein da so was ist natürlich mit autowalken ist hier schaffe die usa zu freischalten also ok ja gut denn hier werde ich noch schnell schlug ich schaffe so stellst du noch eine war hallo meine zahl hat sich um verändert seine zahl weil ich habe jetzt schon mehrere upgrades du hast ja wahrscheinlich auch schon los abbrechen auch schon upgrade gemacht 1 kriege ich nicht ich fahre die ganze zeit als standardwagen mit dann ja oder du kriegst die upgrades nicht mit ok erst automatisch drin das würde ich merken dass ich denn davon ziehen würde aber du bist ja die ganze zeit vor mir eigentlich ja ich fahre nur 200 und der wagen müsse mit dabei über 320 fahren okay das tut man aber auch nicht mal läuft auch 200 und normalerweise ja meine ich ja weil es ja viel weiter kaputt wollte ich mich am anfang direkt bekamen toni ich musste nach nur links ausweichen ohne von sport die habe ich alle rechts und meiner läuft jetzt 285 287 86 keine nach der aufnahme mein bild schicken dann zeige ich dir wie viel meiner normalerweise laufen würde ich krieg die ganzen upgrades nicht werden mir nicht angerechnet aber auch nur ein upgrade gemacht genommen genommen jetzt habe ich noch gar nicht so lieb ach sprach kriegt jeder wie schnell läuft denn deine kiste jetzt gerade 290 vor da komme ich gar nicht hin dort kommt es gleich hin da jetzt war auch jetzt gerade ja 290 auf 294 haben wir schon alle münsten ja ich glaube wohl oder haben nur fünf stück sehen waren das doch oder nicht recht ich glaube ich glaube es wird nichts und wieder nichts aufgespart ja zum schluss noch genutzt aber viel viel ist auch nicht was es macht ich dachte ich könnte mir meine eigene karre damit fahren ich weiß nicht wie das läuft heißer sand teil des todes so warte ja okay jetzt ohne upgrades egal mache ich nächste runde ein upgrade rein aber ich nehme an weil ich habe getriebe gemacht dass wir dauerhaft gleich schnell sind weiß ich dich weil ich habe ja getriebe drin und wir laufen genau gleich schnell 294 ja ich habe ja auch keine ahnung was das war hier ich muss halt ausweichen wenn die kisten da vor mir stehen ist das echt schlecht ja die kommen ja auch nicht vom fleck die affen gar nicht links und rechts ja ich weiß rechts weil wegen rechts vorliegen alter was ist das hier links gibt sogar nitro oh nein ich hatte voll oh ich fahr auf rot ohne und jemand hinten drauf alter was ist das für ein affen ja er wird mit seiner krüppelkarre aller mir hier einfach vorgezogen ja das können die gut ne ja das können die echt gut hardcore nerven hier ja auch mal schön wenn die nicht jedes mal auf der höhe lang fahren würden wo die scheiß münzen sind ja oh unfall was bleifuß was ist das denn oh ob das gut war passt schon oh gott kurve zu spät gesehen nicht gut alter was ist das denn der jetzt sandsturm alter ich sehe mit meinen tv einstellungen nix kein witz das ist schlecht ich sehe aber auch nicht viel um ehrlich zu sein weil alter rammt er mich dagegen ey was ein hund was für ein hund ist es denn also alter oh ich bin richtig arsch weit hinten ich werde nicht mal mehr zweiter ich habe noch mehr ein unfall nach dem anderen hier läuft nichts mit kein nitro mehr was machst du denn im arsch sein pisse ich da also ich habe uns die trophäe geholt ja ich habe dritter schlecht ist das hier da lief echt nichts mit schön gemacht ich eher nicht so jetzt muss ich erst mal hier gleich upgrade reinpacken wo reinpacken hinten in die auspuff wir machen goldrausch tal des todes den ganz upgrade ja so aufhängung lufteinlass differenziale getriebe oder ein retro boost ich würde sagen die tue kann ich nicht das geht nicht das hier wird gehen differenziale lufteinlass ich mache lufteinlass wegen höchstgeschwindigkeit ja lufteinlass habe ich gemacht jetzt läuft aber mit 305 laut anzeige ja okay dann kriege ich deine upgrades ja dann gradest du quasi mit mir zusammen ab schmutz ja das verstehe ich allerdings auch nicht ich meine okay dann wärst du immer wieder über mir ne ja ist ja egal solange einer von uns erst serviert und wir die marken immer aufnehmen ja so ist es sammle alle blauen münzen das heißt hättest du jetzt ein anderes auto genommen dann wär ich ja am arsch mit meinem hier weiß ich gar nicht ich weiß nicht wie sich das dann verhält kann ich dir nicht sagen du hast einen besseren Start als ich war nahezu gleich also zeit von den ersten runden kein nito nehmen scheiß ich habe nur zwei von drei bekommen das ist schlecht das hatte ich vorhin auch mitte ja habe ich rechts ja ich denke mal die linke fahrbahn wird auch was haben denke ich auch äh rechts ja habe ich fast gegen die bande gefahren musst du oh oh offroad ja das schluckt mitte ja habe ich bin direkt hinter dir mitte ja die runden zählen zusammen rechts ja oh god übelst geknutscht oh god gesehen ich wollte ich links oh nein vorsicht sorry oh nein ich nehme die ganze bande mit okay das wollte ich nicht mitte oh god ich konnte nicht anders was genitrot oder was ja vorher und dann ja keine platzierung nur silberzeit ich bin auch gerade wo du unfall gebauen hast voll auch noch in dir reingefahren scheiße dann wiederholen wir das hier echt ja machen wir nochmal wir wollen ja äh perfekto warte du knatterst auch frech dass ich hinter dir starte und nicht auf der gleichen Höhe ja fahr du mal gleich rechts ich verlinke es als erstes okay dann sind wir uns gleich bei sowas nicht im weg dann fahren wir danach links und rechts ja aber wenn da keine Marken sind ist ja Quatsch naja stimmt ja hast du auch wieder recht immer recht vielleicht ist die Karre einfach noch nicht schnell genug weißt du kann auch sein aber eigentlich muss das ja oder nicht nee wieso kriegst du ja die ganzen Upgrades vielleicht musst du später nachholen stimmt auch wieder aber ich glaube das ist machbar ich hatte ja jetzt leider einen Bombs ich habe genitrot sehe ich ich mache nach dieser Kurve nochmal nitro ja musst du ich fahre sonst hinten drauf ja oh ich habe die Bande geknutscht nicht gut nein nicht gut wird nix das ist jetzt ohne Unfall ich habe genitrot ja okay nitro gleich ich habe eine oh nein oh nein ja habe ich gemerkt ich habe es abgekriegt ah Goldzeit Goldzeit wenigstens naja brauchst du nur jetzt ja müssen wir das halt nächstes Mal weitermachen wenn wir also warum knatterst du jetzt ich weiß nicht machst du grad weg was mach ich weg knattern hab ich schon okay gut ja machen wir das beim nächsten Mal wenn wir ein bisschen gelevelt haben ja du wenn du gelevelt hast ja ja du levelst ja mit äh so äh die goldene Stadt San Francisco sieht wie aus wie so ein Gesicht Auge Auge und ganz komischer Mund ja die Strecke so upgrades ne verkehrt so ich habe keine Ahnung habe ich schon bereit mir ist schon bereit was du Auto anpassen oder was ja okay so ist es verwende mit dem Server ich glaube die Server sind schlecht die sind sehr schlecht ja die sind nicht so gut wäre besser wenn einer von uns Host wäre kann man das bestimmt einstellen weil wir haben auch spielübergreifendes Spiel an ne oh das weiß ich nicht äh plattformübergreifendes Spiel so rum falscher Server dann meinst du wahr kann sein oh nein der gleiche der vor mir ist ich bin gegen den Baum gefahren weil der andere keinen Platz gemacht hat Mitte oh die haben aber ordentlich Platz oh das sind aber Nitros und die waren voll ne du kriegst einen und so top unten links und mittel also mittig ja beide gleichzeitig gehen wahrscheinlich nicht fuck diese Arschkrampe Mitte ja ja fährt er da auch durch äh noch reingerammt äh soll das wieder mittig also zwei rein oh Gott ja ich versuch's oh ja Alter du Arschkrampe hat er mich voll in die Bande gedrückt oh Gott mhm nein Schild berührt ich glaub hier gibt's wirklich hier Dings was gibt's wirklich bin Schaden ja das kann gut sein oh shit wir haben alle bringen wir zwar nix ah ich bin ganz hinten ey nur für Tony die oh wir haben mich beiseite ich bin nicht mal erster ne der Erstbasierte Eierbein die ganze Zeit davon jetzt bin ich erster ich schaffe es nicht an den Jungs hier so vorbei zu brettern musst du lenken dann läuft das ja kannst du so durchfahren ich fahr jedes Mal gegen die Schilder weil ich zu schnell bin 6er ey schon wieder was war das denn oh fast gegen die Laterne mitgenommen oh ich hab eine mit Alter was der hat sich überschlagen und ist so weiter gebrettert wäre das mal lustig wenn ich ins Ziel fahre wird mir immer der Letztplatzierte als Platz erst angezeigt okay was steht denn da dann äh 19. oder 20. je nachdem aha ich bin nur dritter geworden ich kam nicht mit da ist ja schon wieder Moch hier egal Boulder Gegenstand freigeschaltet Auto zwei Upgrades installiert sehr schön dann haben wir Kalifornien fertig ich würde sagen von ja ne oh das ist das Norden und Nordosten Brasilien Norden und Nordosten ja hier geht es dann Nordosten in der nächsten Folge weiter so ist es es sind insgesamt sechs Länder so wie es aussieht ne weiß ich nicht ach da unten ja kommt hin ja sind sechs vielleicht noch einer on top weiß ich nicht ja nice ja wie viel Prozent steht bei dir jetzt 14 14 bei mir 13 ich weiß nicht aber guck mal dann haben wir durch das war die erste Karte ne das war die erste Karte ja ja dann kommt das hin mit sechs Stück okay je nachdem wie groß die sind was für Ränder kommen ja das passt ja es haut wohl hin dann ne gut Leute dann würde ich sagen danke fürs Zusehen oh Crew wurde aufgelöst bis zum nächsten Mal macht's gut haut rein und lasst gerne einen Like da ciao ciao tschüss